Servus Leute, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es die Team der Woche 13 Prediction. Uns erwartet ein mega krankes Team of the Week. Leute, was da für potenzielle Kandidaten am Start sind, ist absolut der Wahnsinn. Ich freue mich riesig drauf, falls ihr Weekend League gespielt habt. Könnten uns vielleicht ein paar coole rote Player Picks erwarten. Und vorab Freunde, Messi, Bale und Lewandowski, die werden wahrscheinlich zu 99% kein Team der Woche bekommen. Auch wenn sie krasse Tore gemacht haben und und und. Aber sie haben eine aktuelle Team of the Group Stage Karte, deswegen wird da kein Platz für die sein. Eine wichtige Ankündigung, morgen um 15 Uhr kommt mein absolutes Lieblings Video. Ich habe diese Woche in der Weekend League etwas geschafft, was ich mir in FIFA 19 nicht hätte erträumen können. Ich habe mich einfach mega gefreut und ich bin immer noch einfach viel zu hyped. Ich bin heute aufgewacht und habe erstmal kurz abgecheckt, ob ich geträumt habe oder ob das real war. Aber dazu dann morgen mehr und falls das Ganze euch gefällt wie immer, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst versuchen, wieder die 3000 zu knacken für dieses Team der Woche. Ist, wie ich finde, das zweitbeste nach dem Team der Woche 10. Er eskaliert einfach richtig. Falls du noch nicht Abonnent des Kanals bist, kannst du gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, geht es los mit den Torhütern. Kronholm ist unser erster Kandidat und der hat einfach mal gegen Dynamo Dresden beim 2 zu 0 Erfolg 8 Paraden rausgeholt. Ist zwar ein bisschen niedriger bewertet, aber hätte auf jeden Fall die Möglichkeit, ins Team der Woche zu kommen. Und wir gehen rüber zu einem richtigen Top-Torhüter, auch im FIFA 19 sehr gerne benutzt. Und das ist Courtois von Real Madrid. Gegen Huesca gewinnen sie mit 1 zu 0. Er hat ein klasse Spiel gemacht. Hat am Ende sozusagen auch die 3 Punkte gerettet. Baylor hat getroffen. Aber kurz wahr, in Rot zum Beispiel, wäre schon mal richtig geil, weil er einer der besten Torhüter im Spiel ist. Und dann gehen wir rüber in die französische Liga und dort haben wir Diallo. Gegen Olympique Lyon hat er beim 2 zu 0 Erfolg eben so 8 Paraden rausgeholt. Und das gegen Lyon. Ihr wisst Bescheid. Könnte natürlich sein, dass das Reinschaft wird. Es gibt auch Torhüter wie Karius, der wieder super gespielt hat. Wird vielleicht auch eine Team-of-Tree-Karte bekommen. Bei den Torhütern ist es aber ein bisschen schwieriger zu sagen, wer am Ende reinkommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Verteidigern. Und hier geht es los mit dem Spieler von Burnley. Und das ist Tarkowski. Hat einen verdächtig polnischen Namen. Ist aber Engländer. Und gegen Brighton hat er beim 1 zu 0 Erfolg den einen Treffer gemacht. Und dazu logischerweise als Verteidiger die Null hinten gehalten. Kann gut sein, dass das Reinschaften wird. Und wir gehen rüber zu dem Brasilianer aus der französischen Liga. Und sein Name lautet Pablo. Gegen Saint-Étienne hat er einen Treffer gemacht. Einen Treffer vorbereitet. Sie gewinnen am Ende mit 3 zu 2. Hat leider 2 Teure kassiert. Spricht natürlich auch ein bisschen gegen ihn. Aber aufgrund seiner Scorer-Punkte, die er sammeln konnte, hat er natürlich die Möglichkeit auch ins Team der Woche zu kommen. Und wir bleiben bei einem Brasilianer. Und zwar vom Chelsea. Und hier wird es ganz interessant, wer es am Ende will. Denn ich denke, die meisten würden sich über eine andere Karte noch mehr freuen. Aber David Luiz wurde am Ende Man of the Match gegen Manchester City. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die Mannschaft aus Manchester zu schlagen. Das ist schon wirklich eine Sensation in England. Am Ende geht das Spiel mit 2 zu 0 aus. Ein anderer Kandidat hat auch noch getroffen. Zudem kommen wir später. Aber David Luiz, seine Karte sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Muss man ehrlich sagen. Und wir bleiben doch immer bei den Brasilianern. Aber jetzt haben wir einen von Betis. Und sein Name lautet Sidney. Er wäre schon bereit, sein Second in Form. Er hat schon wieder mal getroffen. Das Ganze beim 2 zu 0 Sieg gegen Rayo Vallecano. Und genauso wie David Luiz oder auch der gute Engländer haben sie die Null hinten gehalten. Und spricht für sie, dass sie es reinschaffen könnten. Jetzt gehen wir rüber zu Außenverteidigern. Und dort geht es los mit dem Spieler von Napoli. Und zwar mit Goulam. Der Typ ist eine absolute Maschine. Er ist Linksverteidiger. Zwei Tore vorbereitet. Sein Team gewinnt mit 4 zu 0 gegen Frosinone. Unter anderem hat noch Mili getroffen zweimal. Ich denke aber, sie werden wahrscheinlich mit dem Verteidiger gehen. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und vergesst nicht reinzuschreiben, welchen Spieler ich vielleicht übersehen habe. Und wir gehen rüber zur nächsten Rakete. Und der könnte es wirklich ziemlich wahrscheinlich auch reinschaffen. Und die Rede ist hier von Cancelo. Seinen zweiten in Form. Seine Once to Watch Karte würde natürlich auch ein Upgrade bekommen. Er hat im italienischen El Clasico, wenn man das so sagen kann, dieses Jahr. Gegen Inter Mailand, seinen Ex-Verein, ein Tor vorbereitet für Mario Mandzukic. Und das Interessante dabei war, er hat mit Desilio die ganze Zeit die Position geändert. Aber zum größten Teil war er auf der linken Verteidigerposition am Start. Sprich, sein Inform wird als Linksverteidiger erscheinen. Seine Once to Watch Karte bleibt natürlich Rechtsverteidiger. Ich denke, auf der rechten Verteidigerposition ist er deutlich interessanter. Und bei so einem Spitzenspiel das entscheidende Tor vorzubereiten. Als Außenverteidiger dazu die 0 hinten gehalten. Super verteidigt auch gegen Versalco und gegen Puritano. Kann sich sehen lassen. Wir gehen rüber zu den Mittelfeldspielern. Und hier wird jetzt das Dortmunder Herz, glaube ich, total aufgehen. Wir kennen doch alle Delaney. Der Däne kam als Neuzugang im Sommer. Und er konnte sich bis jetzt auf jeden Fall sehr gut unter Beweis stellen. Weil Dortmund spielt zur Zeit einfach eine Bombensaison. Kann man sagen, was man will. Sie spielen wirklich kranken Fußball, Powerfußball nach vorne. Und im Derby gegen Schalke 04 ging das Spiel 2 zu 1 aus. Und Delaney hat eben das erste Tor gemacht. Die Stats sehen phänomenal gut aus. Er könnte ein richtig guter Allrounder werden. Und dann geht es rüber zu einem Fanliebling von den Gunners. Und die Rede ist hier von Terreira. Der Mann aus Uruguay kam aus der italienischen Liga. Ich meine, es war Sampdoria oder sowas. Hat zu Beginn der Saison wirklich kaum eine Rolle gespielt. Und die letzten 5 oder 6 Spiele hat er einfach komplett rasiert. Er ist sowas wie ein richtiger Held dort geworden. Die Fans lieben den über alles. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt. Aber er ist eine absolute Maschine. Und sein Impfform hat er sich mit den einen Treffern beim 1 zu 0 Erfolg gegen Huddlesfield auf jeden Fall verdient. River Plate gegen Boca Juniors. Es war ein richtig geiles Spiel. Das Spiel geht 3 zu 1 aus. River Plate hat das Ganze gewonnen. Und Quintero hat in der 119. Minute einfach mal das entscheidende 2 zu 1 gemacht. Und dann in der 120. ist noch ein Tor gefallen. Und möglicherweise könnte es die nächste Hero-Karte geben. Ich würde mich freuen. Quintero ist ein Top-Spieler. Ich glaube, Real Madrid war sogar mal interessiert an dem. Müssen wir einfach abwarten. Und wir gehen rüber zum nächsten Spieler. Und das ist mein absoluter Lieblingsspieler aus diesem Team der Woche. Und natürlich meine ich N'Golo Kante. Wenn ich den Kollegen in Rot bekomme. Mamma mia, Leute. Ich mache, glaube ich, einen Flickflack-Overdeck. Das wäre zu heftig. Er hat ein Tor gemacht gegen Manchester City. Und jetzt liegt es natürlich an EA. Werden sie David Luiz die Karte geben? Der wurde Man of the Match. Oder geben sie N'Golo Kante die Karte? Weil er eben auch einen Treffer gemacht hat. Und ich meine, es war sogar das 1-0. Rein aus der Sicht von EA, dass sie natürlich auch wollen, dass die Leute Packs ziehen. Ich meine, Team of the Group Stage haben sie schon gut verdient. Und kamen SBCs? Nein, nicht wirklich. Und ich denke mal, sie werden Kante auch noch in dieses Team der Woche reinschmeißen. Und ich würde mich riesig darüber freuen. Und vor allem, wie gesagt, den in so einer schönen Farbe zu bekommen. Das wäre schon einzigartig. Wir springen rüber zu dem Spieler von Atletico Madrid. Sein Name lautet Rodri. Gegen Deportivo Alaves hat einen Treffer gemacht. Das Spiel geht 3-0 aus. Und er sieht aus wie ein richtiger Allrounder. Natürlich hat er ein bisschen Pace-Defizite und ein paar andere Stats, die auch nicht so perfekt sind. Aber ist, denke ich, mal eine richtig geile SBC-Karte. Wäre vielleicht eine Investition wert. Und dann gehen wir rüber zu Davic. Ich muss sagen, seitdem er jetzt aus der Premier League rüber zu Ajax gegangen ist, geht er dort wirklich sehr gut ab. Ich meine, sie dominieren sowieso ziemlich krass die holländische Liga. Aber selbst in der Champions League reicht es fürs Achtelfinale, so wie es aussieht. Gegen Zwolle hat er einmal getroffen. Zwei Mal vorbereitet beim 4-1-Erfolg. Das kann sich sehen lassen. Von den Mittelfeldspielern gehen wir rüber zu den Offensiveren. Und da legen wir los mit Zapata. Er hat für sein Team drei Golazos gemacht gegen Udinese. Das Spiel geht 3-1 aus. Absolut man auf dem Mensch geworden, Leute. Wenn der es nicht rein schafft, Jungs, dann muss ich dreimal los. Aber gut, so aufregend ist die Karte jetzt auch nicht. Dagegen sieht aber der Spieler von Porto deutlich besser aus. Sein Name lautet Marega. Schaut euch mal bitte sein Tempo und seine Physis an. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Das ist einfach krank. Gegen Porti Monese hat er beim 4-1-Erfolg zweimal getroffen, einmal vorbereitet. Der wird uns wahrscheinlich auch im Team der Woche erwarten. Und wir gehen rüber zum nächsten richtigen Highlight. Werde zwar der 99. linke Flügelspieler aus der Premier League, der eine Special-Karte hat. Aber Rashford hat wirklich rasiert für Manchester United am Wochenende. Einmal getroffen, zwei Tore vorbereitet. 4-1 gegen Fulham. Kann sich sehen lassen, mein Freund. Hut ab. Den werden wir, denke ich mal, auch im Team der Woche sehen. Aber wie schon vorhin erwähnt, gibt es auf dieser Position einfach ein Überangebot. Muss man ehrlich sagen. Wir gehen nun rüber in die spanische Liga zu Barcelona. Und ich weiß, Messi hat zweimal getroffen, einmal vorbereitet. Der wird es aber nicht reinschaffen wegen dem Team-of-the-Group-Stage-Karten. Aber Dembélé, der sich mittlerweile wirklich gut in die Mannschaft eingefunden hat, hat auf den linken Flügel gespielt und dort einmal getroffen und ein Tor vorbereitet. Das Ganze gegen Espanyol. 4-0 geht das Spiel aus. Wenn es einer verdient hat, nach Messi eine Team-of-the-B-Karte zu bekommen, dann natürlich der Franzose. Übrigens würde er auch eine Position-Change-Karte bekommen. Wäre eigentlich ziemlich interessant. Vor allem, weil er, glaube ich, Rechtsfuß ist. Aber ich glaube, er hat eh beide Füße. Auf Deutsch gesagt, ich meine, dass er beidfüßig ist. Und wir gehen rüber zu meinem absoluten Ledig-Spieler. Ich habe vorhin ja gesagt, ich würde mich am meisten über Kante freuen. Aber Salah kann ich eigentlich auch dazu zählen. Ich finde ohne Witz, Leute, er gehört zu den besten Spielern in FIFA 19. Ich habe jetzt am Wochenende was geschafft. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich will jetzt nicht unbedingt spoilern, obwohl ich es schon auf Instagram gemacht habe. Aber er war ein Riesen-Bestandteil von meinem Team. Er hat so viele Tore gemacht. Sein linker Fuß ist einfach... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und jetzt hat er als Stürmer gespielt für Liverpool am Wochenende drei Tore gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Gegen Bournemouth gewinnen sie mit 4 zu 0. Alter Schwede, Freunde. Stürmerkarte Salah, 90er in Form. Da kommt ein Tornado auf uns zu. Ich meine es ernst. Und ich habe ja vorhin schon über ein Überangebot auf dem linken Flügel aus der Premier League geredet. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Kandidaten. Und das Lustige ist ja eigentlich dabei. Das sind nicht zwei verschiedene oder drei verschiedene Spieler. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile schon sechs, sieben hochklassige Spieler, die alle in Top-4-Champions-Teams reinkommen könnten. Und diesmal meine ich einen Spieler von Tottenham. Sein Name lautet Hoi Min Son. Bitte schaut euch ganz kurz seine Stats an. Was hat er bitte für eine Karte theoretisch? Zudem sage ich übrigens im Rode auch nicht nein. Das ist klar. Gegen Leicester City trifft er einmal, bereitet einen Treffer vor. Und ich glaube, es ist allmählich auch an der Zeit, dass Son ein Team der Woche Spieler bekommt. Und diese Karte wird... Ich will es gar nicht aussprechen. Zu krass. Wir sind nun schon angekommen bei der Auswechselbank. Und hier legen wir gleich mal los mit einem weiteren Brasilianer. Sein Name lautet Charles. Für Eibar zweimal getroffen, einen Treffer vorbereitet. Dann haben wir noch Haddaddy als Linksverteidiger. Einmal getroffen, einen Treffer vorbereitet. Jetzt gehen wir rüber zu einem Kölner namens Drexler. Der Kollege hat zwei Golasos gemacht. Wird wahrscheinlich diese Woche dann einen Back-to-Back-Kölner in Form geben. Nach Terodde. Und dann gehen wir rüber zu Farfan. Der Ex-Schalker hat für seine Mannschaft zweimal getroffen als Rechts-Mittelfeldspieler. Das kann sich auch sehen lassen. Dann ein Spieler, der ebenso zweimal getroffen hat, ist El Ghazi. Aber jetzt geht es rüber, Leute, zu einer richtigen Situation nochmal. Und manche denken meistens, dass die Auswechselbank total schlecht ist. Aber schaut euch mal Bruno Fernandes an. Der portugiesische Kollege hat einfach mal drei Tore vorbereitet. Und 85er Karte würde er bekommen. Und jetzt gehen wir rüber zu einer Karte, die theoretisch ein noch höheres Rating bekommen könnte. Und das wäre der Third-Inform von Forrest. Zweimal getroffen für Celtic. Der Typ ist brutal zurzeit. Ich bin gespannt, was der für einen Winter-Upgrade bekommt. Hat er sich mehr als verdient. Und zum Schluss haben wir noch einen Spieler von Celta Vigo. Und man will es kaum glauben, es ist nicht Aspas, sondern Mendels. Einmal getroffen, zwei Tore vorbereitet. In einem sehr, sehr wichtigen Spiel beim 3-2-Sieg gegen Villarreal. Und zum Schluss haben wir dann noch den guten Lars Wender. Als Rechtsverteidiger hat Eintreffer vorbereitet. Wurde Man of the Match, hat zu Null gespielt. Und ich denke, das sind die Kandidaten, die ins Team der Woche 13 kommen könnten. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, auf welchen Spieler ihr euch am meisten freuen wollt. Ich bin gespannt. Welchen Spieler habe ich vielleicht übersehen? Und falls das Ganze euch gefallen hat, Leute. Könnt ihr gerne einen Däumchen nach oben da lassen. Euch kostet es eine Millisekunde. Support ist kein Mord. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wir haben übrigens gestern die 91.000 Abonnenten geknackt. Step by Step gehen wir langsam auf die 100.000 zu. Falls du noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne kostenlos machen. Morgen kommt um 15 Uhr mein absolutes Lieblingsvideo. Ich freue mich drauf. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.